Gestern angekommen und das Ari hat schon einen eigenen Flair in Östersund. Das Audi und das Ari. Voll cool, dass ich da bin. Ich war heute schon auf der Piste, habe trainiert und werde die nächsten zwei Tage noch trainieren. Dann werde ich noch einen Pausetag haben, am Freitag noch mal einfahren und am Samstag ist das nächstes Rennen. Ja, sicher so lange an dem Rennort wie sonst nirgends. Aber ja, ist doch schön, weil man sieht auch andere Nationen. Ich werde sicher auch in diesem Event morgen zuschauen gehen und freue mich drauf. Hören tut man halt meistens im Fernsehen und sieht man die Bilder. Da will man schon immer selber dabei sein und dass ich dann jetzt da selber sein darf, ist schon mega schön.